So nochmal und weiter geht's bei FuckWy, äh, wir hatten eben den Ton vergessen anzuhören, zumindest ich. Ich geh mal lieber hier nicht so nah, weil da sind noch Gegner. Ja, und wieder mit Unterstützung, beziehungsweise immer noch. Äh, ja, gucken wir mal, was wir da haben. Kommt in diesem Level nicht dieser Hoop schau mal? Ich glaube, ja. Ja, den triffst, ne? Oh, der kriegst du schon wieder. Boom, richtig geil. Ja, finde ich auch. So, wo war nach Land? Ach, geht ja gar nicht, wir haben keine Schüsse mehr dafür. Alles klar, äh, wie gesagt, letztens waren wir ja hier und sind dann von dort drüben einmal über diese Brücke hier und müssten jetzt in diesen Bunker rein. Oder was auch immer das darstellen soll. Es soll eine Gulliver LP-freie Zone sein. Ja, ja. Ist da irgendwas voll dran? Wir haben also eine Chipkarte und eine Bombe. Das wäre so geil gewesen, wenn ihr das Zweifel geht, das Auto kriegen könnt. Ich gehe gleich mit drauf. Und, ist er drauf gegangen? Ja, klar. Oh, es raucht. Ehrlich? Ich vergesse ganz einfach auch ab und zu, dass ich mal ruhig sein muss. Ja, vor allem, du hörst es hier auf den Kopfhörern auch sehr schlecht, weil sonst, wenn wir das hier lauter machen für uns, dann wird das in der Aufnahme einfach zu laut. Und das, wenn wir das hier sagen, dann wird das in der Aufnahme einfach zu laut, bis es halt geht. Schade, eigentlich. Aber gerade so getroffen noch, ne? Oh, das wäre so geil. Alter, wenn der jetzt, äh, die Leute abgesetzt hätte, dann wären das auch nochmal vier, fünf Soldaten gewesen, ey. Also, bei mir war dann immer die Bazooka leer, weil ich hab die dann schon immer so aus Spaß abgeschossen. Ist ja keine Bazooka, ist ja ein Rocket Launcher, also Raketenwerfer. So oder so, ist noch beides. Wo ist denn der? Er ist tot, Mann? Ne, da ist noch einer. Ach, Gott. Rede nicht. Ist keiner mehr. Was guckst du denn, oder? Irgendwo hier muss noch einer sein. Das ist der arme Mann. Das ist einer. Das ist der arme Mann. Voll abgehauen. Schieß doch. Ja. Das war mal irre. Hitschilder erst mal so. Ja, das ist, ich sag nicht, doch, da ist nur noch einer. Ah, den hatten wir eben. Das war noch. Cool, ne Gatram Gun. Na gut, die lassen wir mal stehen, die können wir eh nicht mitnehmen. Und wir schillen uns jetzt mal da hoch. Denn da habe ich gerade was vorzügliches gesehen. Vorzüglich ist das was der erste, wenn ich so ein Schutzhäuser habe. Nur. Ja. Aber das Teil hat es auch vollkommen zerlegt. Hier sind die Rotorblätter und da ist der Hubschrauber, ne? Auch cool. Die fliegen nicht mehr. Oh, ich würde sagen, ich meine mal, wir haben ja ruhig ein bisschen Zeit. Äh, ja. Boah. Und ich denke mal, dass wir hier nicht immer so durchrushen, dass wir nicht immer alles siehste. Deswegen bin ich froh, dass wir hier oben waren. Dann haben wir zumindest noch ein paar Schlüssel hiervon. Bewegt sich da unten der Baum? Ja, warum? Äh. War eben so ein Gummibaum. Ich hab's aber auch gesehen. Richtig geil, ey. Nein. Oh, Gott sei Dank, ich dachte ihm schon. Es ist übrigens gerade, wenn ich das so erwähnen darf, ne, gerade nicht unbedingt, aber es ist halt in der Zeit, wo jetzt der neue Teil von Dead Island rauskommt, also Reptide. Und, ähm, mal gucken, ob wir den auch zocken. Bin mal gespannt. Ich weiß mal noch nicht, ob ich den noch kriege auf Amazon. Ich hole mir den immer, wenn bei Amazon. Das kann ich nochmal so kurz nennen. Der ist ja im Grunde genommen indiziert, also, nur kurzzeitig, würde ich sagen, bei Amazon erhältlich, bis die Jungs wieder rausbekommen, dass es da wieder ein Verboten gibt. Deswegen war ja auch, äh, Dead Island der Erste, äh, eine Zeit lang draußen. Den hab ich mir noch schnellstmöglich geholt, ey. Der ist auch echt gut, sozusagen. Ich weiß halt auch nicht, dass... Left 4 Dead ist auch ein ganz schönes Spiel, das sag ich ganz ehrlich, ne, aber du hast halt bei Left 4 Dead dieses, ja, dieses Schlauchlevel, weil du läufst da einfach nur durch und ballerst ein bisschen. Ja, das ist eher mehr nur so drauflos. Das ist eher so ein 4-Minuten-Spiel, was du dann halt auch wirklich in 4 Minuten durchkriegst. Ja, und bei Dead Island hast du halt dann ein bisschen... Du machst zwar auch immer nur das gleiche, aber da kämpfst du halt ein bisschen, ne? Ja. Und das ist halt auch immer dieses Schlauchlevel, aber das ist schon cool, ey. Oh, so, das wird die nächste Runde sein. Wir sehen uns in der nächsten, wir müssen ja ganz kurz unterbrechen, bis gleich. Ja, ich bin auch so angepisst, ey. Ja, das ist jetzt quasi die nächste Runde, ne, gucken wir mal. Ja, ich kann mich an jede Runde gar nicht mehr dran erinnern. Ich spiele das ja auch schon vor knapp, was auch ich nicht wie viel angespielt. In der Segen, ja. Wann kam das raus? Och, 2004 oder 2003? Und... Oh, geht das schnell? Oh, 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 oh. Wer schlitts ab? BAM! Hä, wie lässig. Did you hear that? Das war doch rein. Hä? Was ist denn da gerade angeflogen? Handgranaten. Nein, nein, das ist doch gerade was durch den Bildschirm geflogen. Ja, waren das nicht Handgranaten? Nein, das ist ja, sonst wäre das ja hochgegangen. Dreh ich mal um. Oh, ne, das ist komplett schlecht. Ja, da habe ich ein paar getroffen. Ha, denen habe ich die Beine weggeschossen regelrecht. Oh! Der schießt dann. Oh, der hat eine Pumpgun. Einsam. Nee. Ich finde, ich finde die Pumpgun nicht schlecht. I'm gonna tear you a new one. Nee, ich weiß nicht. Die Pumpgun, hmm. Was hast du denn alles für Waffen hast? Mach hier die noch? Nein. Was ist die? Die habe ich noch. Und dann die beiden... Hey, du kannst nur drei Waffen aufnehmen? Hä? Kannst nur drei Waffen aufnehmen? Ne, vier. Was kann ich gerade sagen? Den Rocket Launcher, den R-Rifle, P90 und die... Oh Gott, jetzt... Keine Ahnung, wie die heißt. Aber eigentlich brauchst du die Dokument. So. Er ist runter dann hoch? Ja, ja. Ich fahre gerne Fahrstuhl. Ich auch. Fühlt sich immer so lustig an. Nein, ich habe mir nochmal kurz Schutz geholt. Wer weiß, was da gleich abgeht. Ich kenne die Runde kaum noch. Hast du deine dicken Bodyguards geholt? Naja, ich glaube... Warte. Du kommst ja gleich in diese komischen Gänge, wo dieses Wasser da ist und die sind scheiße. Und dann kommen auch diese Alienviecher da. Das sind keine Alienviecher. Das sind nur Monster, Mutan, Gen. War das nicht mutierte Affen? Ne. Hatten sie doch am Anfang gesagt. Ne, das sind keine mutierte Affen. Das sind auch viele mutierte. Cool, da habe ich früher nie darauf geachtet. Es war billig gemacht, aber trotzdem. Warte, warte, ich kann grad nicht. Da kommt er um lang. Das ist ja so geil. Dann soll er halt eine Strafe erwarten. Wenn er da langkommt. Hat man mal nicht so viel hat bei Luft an. Oh, ich kann nicht mehr. Wann kommt der da endlich wieder raus? Mach mal Klopf, Klopf. Wer ist da? Alter! Alter! Ich dachte, wenn er nur einer. Ja, da kommt gleich noch einer. Ehrlich? Ja, hast du auch gesehen. Oh, geile Schatten, ne? Der Schatten macht mir Angst. Der sieht so aus, als ob er dich auch gleich angreift, ne? Ja. Richtig geil. Der ist ziemlich groß. Fetty, Mad Fack. Äh, ganz ehrlich. Ich dachte, Schwabbelmeck, äh, Schwabbelmeck, was war das? Das, die Dinger hasse ich. What the heck is that? What are you seeing? I have absolutely no idea. But it sure as hell ain't no monkey. Schwabbelmeck, Nugget, oder wie auch immer das hieße. Er hat irgendwie Monkey gesagt, also sind doch Affen. Sag dich doch. Ich glaube, den taufen wir um zu Schwabbelmeck, Nugget, oder wie auch immer. Gucken wir mal. Oh, wer ist das kleine Schwabbel? Oh, fuck. Ja, sie sind hilfreich. Oh, das ist doch gar nicht überlegen. Ich brauche für den Schmerz. Das ist ja so sinnlos, ey. Aber wenigstens ist er ja auch gestorben, ne? Ja, würde ich auch sagen. Äh, ein bisschen... Das wieder hab ich verpasst. Und wir sind wieder hier, aber jetzt rushen wir mal ein bisschen durch. Oh, man. They must be taking you to Pagao or Yucatan. You'll have to make it through this bunker to get to the landing strip. The problem is, everybody knows you're coming. Right now, I'm so pissed off, it doesn't matter if they know it or not. What? Nein. Was, ich kann nicht mehr. Irgendwie... Irgendwie leckt das hier auch ein bisschen. Kann das sein? Joa. Er wartet erst noch. Auf was für einen Schluck das war? Ich hab eingestellt. Mittel. Ne, sogar mehr als Mittel. Auge zumindest. Achso, deswegen hab ich an dieser Stelle sogar failed. Einmal nur bis. Ja, ich dachte mir so Far Cry. Far Cry is cool. Far Cry kann nicht eigentlich spielen. Kein Thema. Ich hab's nicht mehr gesehen, aber ich hab's nicht mehr gesehen, aber ich hab's nicht mehr gesehen, aber ich hab's nicht mehr gesehen. Aber ich hab's nicht mal aufgefallen, dass die Aufnahme jetzt viel lauter ist. Wie bitte? Nein, 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 ich meinte so, als war die, äh, als war die, ähm, ähm, äh, davor die Let's Plays gemacht hatten. Mit mir. Da war das doch so extrem leise. Oh, guck mal, hier kommen wir auch noch lang. Füß, ist die ja auch? Da stand, glaub ich, gerade einer. Ja, das macht's gut, ja. Der läuft weg von dir. Wie geil ist das denn? Hm. Weißt du, aber wie scheiße sind die Spiels? Hä? Ja, wahrscheinlich sind die Spiels nicht. Na, Mann. Oh, was war's? Hm? Nix. Bist du laut auf dem Kopf gerade? Ehrlich? Oh, okay. Pst. Ich glaub, wir sind hier nicht alleine. Ey, jetzt stoppt die das damit bekommen. So wie das hier aussieht. Ey, voll geil gemacht. Hast du gespeichert? Ja, ne? Keine Ahnung, du hast nicht drauf geachtet. Ich auch nicht. Ich dachte, du spielst hier. Ich dachte, du guckst zu. Ey, das kannst du jetzt aber nicht von mir verlangen, ne? Na doch. Also ich achte ja schon auf vieles, ne? Also, aber... Oh, das! In den Arsch. Oh, das ist nicht so satt, Mann. Naja, das spielt's ab 18, ne? Sag ich, was ich will. Nein, hier ist keine Rüstung mehr. Vielleicht gucken, vielleicht gucken auch gerade kleine Kinder zu, oder so. Ne, erst ab 18. Also, die alle unter 18 sind, abschalten. Ja, klar. Das klopft wird selig, ne? Also, wo du sagen, da bin ich mal gespannt, wer das macht, wenn der sich daran hält. Also, wer sich daran hält, der hat... Ja, es gibt schon vielleicht welche, aber... Ja, ist ja auch voll in Ordnung, ne? Ja, natürlich. Ich meine, wenn es die Eltern nicht erlaubt. Was ich nicht glauben. Ich meine, also, ich finde, es ist... Ich muss immer, wenn du es selber spielst, denk ich immer. Also, wenn du es selber spielst, natürlich. Als wenn du es jetzt zuguckst, also deswegen, also... Also, ich muss sagen, der hat dich... Ein Schuss! Okay, aber die Zeit ist schon gekommen. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder, würde ich sagen. Er scheint recht auch, aber na ja. Und, ja... Ich würde sagen, lass mal so, äh... Jetzt kommen wir zumindest in den Runden, wo es etwas heftiger wird. Man merkt das. Hm, das wird richtig lustig, ey. Ja, und wir sehen uns, denk ich mal, oder wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao. Jo, ciao.